Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Tefal OptiGrill 99,99 Euro Samsung Galaxy 32 GB 99,99 Euro Bosch Kaffee Vollautomat, Vero Cup 299 Euro Tefal Heißluft Fritteuse, Easy-Frei Essential 69,99 Euro Russell Hobbs Popcorn Maschine, Crêpe Maker 19,99 Euro Monsieur Cuisine Küchenmaschine mit Kochfunktion 444 Euro Silvercrest Kitchen Tools Monsieur Cuisine Zubehör 4,99 Euro Monsieur Cuisine Zubehör 19,99 Euro Remington Glätteisen 19,99 Euro Remington Haartrockner 19,99 Euro Remington Lockenstab 17,99 Euro Philips Trimmer 29,99 Euro Bosch Akkustaubsauger 99,99 Euro Osram LED Lampen 3,99 Euro Drei Stück Livano Home LED Lampen 2,49 Euro Drei Stück Osram LED Filament Lampen 3,99 Euro Danlopelo Kopfkissen 9,99 Euro Danlopelo Steppbett 24,99 Euro Danlopelo 7 Zonen Komfortschaum Topper 49,99 Euro Samsung C Soundbar 99,99 Euro Samsung Galaxy Watch 4 Classic 129 Euro Samsung In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds 89,99 Euro Makita Akku Bohrschrauber 111 Euro Makita Bit Bohrer Set 24,99 Euro Epson 3 in Minus 1 Tintenstrahldrucker 179 Euro 8 Stück Sole Vita Premium Trauben Direktsaft 8,39 Euro 12 Stück Beckspilz 6,99 Euro 6 Stück Duka Dai Sasseta Appassimento Puglia 19,99 Euro 6 x 1 Liter Milboner Haltbare Vollmilch 4,95 Euro 12 Stück Freshuna Ananas Scheiben 21,80 Euro 6 Stück Volvic Natürliches Mineralwasser 5,75 Euro Crivit Urban E-Bike Der Zehnte 199 Euro Kettler Heimtrainer 199 Euro Mistral-Supp mit Doppelkammer System 229 Euro Bosch Küchenmaschine 129 Euro Tefal Fritteuse Oleoclean Compact 79,99 Euro Siemens Kaffee Vollautomat 599 Euro Ernesto Kochmesser 19,99 Euro Parkside 20V Akku Handkreissäge 39,99 Euro Parkside Mauernutfräse 64,99 Euro Parkside Bandsäge 74,99 Euro Ballette Deluxe Gänsedaunen Kopfkissen Kassettenbettdecke 29,99 Euro Marco Sarteng Bettwäsche 14,99 Euro Livano Home Gelschaum Matratzentopper 44,99 Euro Bisschen Nass und Trockenreiniger Crosswave Typ 169 Euro Livano Home Rollladenschrank 39,99 Euro Parkside Werkzeug Koffer 39,99 Euro Playtive Holz Kaufladen 39,99 Euro Apollo Stunt Scooter 69,99 Euro Fischerpreis Kuscheltier 24,99 Euro Playtive Nest Schaukel 24,99 Euro Livano Home 7 Zonen Taschenfederkern Matratze 49,99 Euro Breckle Lattenrost 69,99 Euro Dope nicht Feinbiber Bettwäsche 19,99 Euro Playtive Holz Spielküche mit Licht und Sound 119 Euro Orsan Kinderautositz 159 Euro Cybex Autokindersitz 129 Euro Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.